da du ja Polizist bist äh ihn zu blockieren damit man ihn fallen kann Kann aber auch ein Zivilist sein und mich einfach in den Weg stellen extra, damit die Bullen den bekommen Ja, wenn du es aber mit vorsachst aus diesem Grund machst dann ist es nicht recht, Hannes Ganz einfach geklärt und hier ist das, weil du selber Polizist bist wie gesagt, du hilfst einfach ein und du musst Duty sein für solche Aktionen weil warum bist du da nicht on duty und machst dann sowas ja, aber da steht ja kein Regelwerk so, weil es würde das da drinstehen ist das ja kein Problem so, weil es aber da steht nirgendswo geschrieben dass man Duty sein muss und für sowas ist ja klar dann hast du das Roleplay Prinzip nicht verstanden und dann könnte man dich wegen 1.1 bannen warum das denn? warum hab ich das Roleplay nicht verstanden? weil das einfach nur der hell ist was du getan hast, verstehst du das nicht? ach so, okay ja gut das ist ja dann, äh vielen Dank bist du jetzt hier um rumzustänkern oder lässt du uns jetzt mal wieder ganz in Ruhe reden und geht vielleicht in einen anderen Schritt ne, die Diskussion ist auf jeden Fall nicht beendet ich geh nicht weg aus und ich nicht im Recht bin, so ganz einfach was? wiederholst du willst du nie im Recht sein? warum bin ich nicht im Recht? warum bin ich nicht im Recht? nicht im Recht stimmt eh bitte warum müsst ihr alle immer so Scotty sein? Digger, was ist los mit dem? Slowmo Pascal hat den Channel verlassen auf Viro war es wohl alles ganz anders Kansan wie seit 65 Stunden MTA Digger Doktor Dusentrieb hat den Channel verlassen Yo man, ich weiß nicht mal wie Viro aussieht ne ne ganz einfach man hmm ey Angry, warum ist auf einmal nur 200 000 in der Fraktionskasse? wohin waren da noch 700 000 Digga slow mo pascal hat den channel betreten slow mo pascal hat den channel verlassen kannst du noch gerne abschießen so dann ist das aber stm und dann werde ich eine beschwerde schreiben macht das viel spaß dabei dass der rechtschreibung überprüfen wirst du kluker hat den channel verlassen ja oh 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 oh